In meinem Video vom Sonntag, das ich kurzfristig hochgeladen habe bezüglich der Sportordnungsänderung des BDNP in den Disziplinen PP3, PP4, NPAC und NPAD, hatte ich ja gesagt, dass ich nochmal ein Video nachlege, in dem ich auf das ganze Thema der Sportordnung nochmal eingehe und diese Änderungen. Um was geht es denn hierbei genau? Bei PP3, PP4, NPAC und D haben wir verschiedene Formulierungen, die hier maßgeblich sind. Ich möchte mich jetzt der Einfachheit halber nur auf das Thema Pistolen konzentrieren. Das Wording ist weitestgehend identisch zwischen den einzelnen Disziplinen, unterscheiden sich nur zum Beispiel im Bereich des Kastenmaßens. Also, bislang, als die Disziplin PP3 und PP4, das war vor NPAC und D, in die Sportordnung aufgenommen wurde, war die Formulierung wie folgt. Pistolen, beliebige halbautomatische Pistolen im Kaliber .32 in Klammern 7,65 mm bis .455 in Klammern 11,56 mm sind zugelassen. Die Pistole mit Stiftmagazin muss in einen Kastziffer C.2.5 von 220 mm x 140 mm x 40 mm passen. Eine Toleranz von 5 mm in eine beliebige Richtung ist zulässig. Das war über viele Jahre hinweg die Grundlage für das Beantragen einer Waffe auf diese Disziplin. Bedürfnisantrag. Hier gibt es keine nennenswerten Einschränkungen, was die Waffe betrifft, mit Ausnahme des Kastenmaßes, dass die Waffe dort mit einer Toleranz von 5 mm in eine Richtung reinpassen muss. Urplötzlich kam dann, ich glaube das war 2021 oder 2022, kam dann ein Zusatz mit rein, in welcher Reihenfolge und Tiefe weiß ich jetzt nicht mehr, aber lautet diese Disziplin ist ausschließlich und jetzt kommt es für absolut serienmäßige und unveränderte Waffen gedacht. Es sind nur fabrikgefertigte Waffen zugelassen, bei denen weder äußere Veränderungen vorgenommen werden dürfen, noch interne Veränderungen, welche die werkseitigen Sicherheitseinrichtungen der Waffe beeinträchtigen. Speziell verboten sind Mündungsbremsen oder ähnliche Einrichtungen, die ein ruhigeres Schussverhalten der Waffe zum Ziel haben. Sportgriffe und orthopädische Griffe sind nicht zugelassen. So, für mich, ich bin kein Jurist, aber für mich ist dieser einleitende Satz, der maßgebliche, denn es gibt hier unterschiedliche Aussagen. Diese Disziplin ist ausschließlich für absolut serienmäßige und unveränderte Waffen gedacht. Dieser eine Satz schließt schon jedwede Veränderung an der Waffe aus, egal welche. Einen Verweis darauf zu machen, dass interne oder externe Sicherungen funktionieren müssen, ist eigentlich selbsterklärend. Denn eine Sicherung zu deaktivieren, versetzt die Waffe gegebenenfalls in einen unsicheren Zustand für den Schützen selber, wie auch für die nebendran stehenden Schützen. Das heißt, diesen Satz kann ich im Grunde genommen direkt schon beiseite legen, weil wir haben initial in diesem Satz, diese Disziplin ist ausschließlich für absolut serienmäßige und unveränderte Waffen gedacht. Keinerlei Veränderungen an der Waffe erlaubt. Punkt. Aus. Fertig. Wichtig ist aber auch das Wort serienmäßige. Das heißt, jede Waffe, die von einem Hersteller so in der Form angeboten wird, ohne sie nachträglich zu verändern, ist zulässig. Ob nun eine Waffe von einem Büchsenmacher, nehmen wir mal als Beispiel eine Raptor von Sindel Präzisionswaffen, oder eine, obwohl sie hier kassenmaßtechnisch nicht platzt, eine getunte Waffe aus dem Hause Oschatz, CZ SP-01 oder was auch immer zulässig ist, sage ich mal nein, weil hier steht, es sind nur fabrikgefertigte Waffen zugelassen. Das heißt, nur direkt von CZ, unverändert von CZ, unverändert von Glock, unverändert von Sig Sauer und so weiter und so fort. Dann kam ein weiterer Passus hinzu, und zwar C6D2, Visierung und optische Hilfsmittel. Offen ohne optische Hilfsmittel. Das heißt, ich darf nur mit einer offenen Visierung schießen. Okay, das war vorher schon drin. Mehr Positionsvisierungen sind nicht zugelassen. Also zum Beispiel diese Aristokrat-Visierung ist nicht zulässig. Austausch der Visierung, und jetzt kommt's, ist nur mit Teilen aus dem Lieferprogramm des Herstellers erlaubt. Das bedeutet im Klartext, wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal eine, ja, wir nehmen mal die Glock, und ich kaufe für die Glock eine LPA-Visierung. Solange diese Visierung, diese LPA-Visierung, nicht von Glock für diese Waffe mit vertrieben und angeboten wird, darf sie nicht verwendet werden in dieser Disziplin. Habe ich eine taktische Visierung, Ghostring, eine Tritium-Visierung vielleicht, die so vom Hersteller Glock im Lieferprogramm nicht vorgesehen ist, nicht angeboten wird, darf ich sie nicht verwenden und somit die Waffe für diesen Wettkampf nicht nutzen. Notwendige Änderungen, Bohrungen, Fräsen etc. für die Montage der Visierung sind zulässig. Okay, wenn ich aber, und das ist wieder so ein Wischiwaschi-Scheißdreck-Satz, wenn ich eine Visierung für eine Waffe erwerbe, vom Hersteller gehe ich eigentlich davon aus, mit Ausnahme vielleicht bei CZ, die Querbohrung durch das Korn. Aber mehr auch nicht. Dann sollte da nichts erforderlich sein. Denn wenn ich etwas für diese Waffe, speziell für diese Waffe kaufe, sollte sie Plug-and-Play, Drop-in passen. Also was soll dieser Satz schon wieder? Der Nachweis obliegt dem Schützen, zum Beispiel durch Auszug, Bild aus dem Webshop oder Katalog des Herstellers. Ja, das ist wieder klar. Wir schieben das ganze Thema wieder runter auf den Schützen. Man baut so eine vollkommen bekloppte Änderung in die Sportordnung ein und drückt dann den Nachweis wieder runter auf den Schützen. Finde ich geil. Schießbrillen, Augenabdeckung und Irisblenden sind nicht erlaubt. Mit Schießbrillen sind hier gemeint Knoblochbillen, Championbrillen und so weiter. Dieses Typische, was man sonst gerne im DSB verbindet. So, die gleiche Formulierung erhält man dann letzten Endes auch bei PP4, wobei hier halt dann wieder das Kassenmaß anders ist. So, warum bringt mich dieses Thema so auf die Palme? Ist relativ einfach. Seitdem es diese Disziplin gibt, habe ich die Disziplin PP3 mit meiner CZ75 geschossen. Diese CZ75, wir haben meinen Channel verfolgt, weiß, dass sie getunt ist. Ja, sie ist verändert. Ist innerhalb der Sportschützen-Szene nicht ungewöhnlich. So, wir haben bei meiner CZ75, hier ist sie, eine LPA-TRT-Visierung. Die würde es von CZ in der Form so überhaupt gar nicht geben, weil das ist eigentlich eine Vision für eine 1911er. Das Kimmenblatt ist von Simple Präzisionswaffen custom hergestellt, um den Höhenausgleich für den Einschnitt im Schlitten, den wir vorgenommen haben, auszugleichen. Das Korn ist ein custom gebautes Korn von Simple Präzisionswaffen, nicht mit einem Längsschwalbenschwanz, sondern mit einem querliegenden Schwalbenschwanz versehen, so wie es der Timo bevorzugt macht. Diese Waffe ist umgebaut auf ein Single Action Only. Sicherung aber funktioniert. Ist ein Single Action Only. Damit die Änderung, eine Waffe, mit der ich seit Jahren diese Disziplin geschossen habe, ist von heute auf morgen oder von mir ist auch seit letztem Jahr, als die Änderungen vorgesehen oder vorletztem Jahr, nicht mehr zugelassen für diese Disziplin. Ich kann sie nicht mehr nutzen, obwohl sie in den Kasten reinpasst. Es gibt es verschiedene Optionen, die man machen kann. Eine davon ist das, was ich jetzt gesagt habe, was ich tue. Ich habe das Leupold Delta Pond Micro Red Dot, mit dem ich übrigens super zurechtkomme mit der Glock, mit der ich eine Rotpunktobjekt, mit der ich mit der Glock sogar richtig gut treffe, habe ich jetzt runtergenommen und habe die Original Kimme wieder drauf montiert. Nur damit ich im August diesen einen Wettkampf schießen kann. Danach kommt das Red Dot wieder drauf und der Drops ist gelutscht. Die zweite Variante ist, ich stelle ein neues Bedürfnis. Gehe wieder raus, gebe weiteres Geld aus, bei der Behörde, für den Eintrag, für die Waffe und 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 und. Und der Haussegen hängt mal wieder schief. Das kann aber nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Es kann nicht sein, dass eine Disziplin verändert wird und damit der Schütze gezwungen wird, eine Waffe, die sonst zugelassen war, erneuern zu müssen. Sorry, das kann es nicht sein und wird irgendwann mal in der heutigen Situation den Schützen wie auch höchstwahrscheinlich dem Verband auf die Füße fallen. Die dritte Variante ist ganz klar, ich schieße die Disziplin gar nicht mehr. Bei mir wird es sein, eins und drei. Ganz einfach. Ich schieße jetzt, weil ich angemeldet bin und bezahlt habe mit der Glock. Werde Scheiße abschneiden, das ist mir aber dann auch egal, weil mich in dem Moment für diese Disziplin die Rangliste nicht mehr interessiert. Danach werde ich die Waffen wieder umbauen, sprich die Glock, und werde PP3 einfach nicht mehr schießen. So einfach ist es. Dann schieße ich die hier weiterhin PP1, weil da ist sie ja irrsinnigerweise zugelassen. Denn wenn wir in die Sportordnung reingucken, dann sehen wir, dass bei PP1 diese Änderungen komischerweise nicht eingeführt wurden. Was für mich ein Irrsinn ist. Denn wir sprechen hier über komplett durchgehend eine Disziplingattung, nämlich Police Pistole. Und unter PP1 steht drin, Waffe, beliebige halbautomatische Pistolen im Kaliber 9mm Luger, das ist bei PP1A, sind zugelassen. Kompensatoren, Sportgriffe und automatische Griffe sind nicht zugelassen. So, das ist PP1A, PP1B ist genau dasselbe, nur dass Kaliberauswahl da ist. Aber es gibt diese weiteren Einschränkungen nicht, die ich bei PP3 und PP4 auf einmal habe. Warum sollen jetzt bei PP3 und PP4 nur serienmäßige Waffen eingesetzt werden, bei PP1 aber nicht? Das ist irgendwie hier. Das macht doch gar keinen Sinn, was da gemacht wird. Wenn man sich das nun anguckt, ich, wie gesagt, ich verstehe die Beweggründe dahinter nicht. Diese Toleranz im Kastenmaß haben mich schon tierisch genervt, weil entweder passt eine Waffe in den Kasten, wie bei EPP, oder eben nicht. Sich aber dann zurückzulehnen und zu sagen, ja wegen internationalen Wettkampf ist das halt so. Sorry, das ist doch totaler Bullshit. Bei EPP funktioniert es auch mit dem Kastenmaß. Festes Kastenmaß, fertig, aus die Maße. Auch bei EPP hat es wunderbar funktioniert. Wir machen eine Production-Variante noch mit rein, wo halt nur Dienstwaffen gemäß BDMP-Dienstwaffenliste zugelassen sind. Warum konnte man das nicht auf diese Art und Weise bei PP3 und PP4 ebenfalls umsetzen, um somit die Schützen, die Waffen bereits beantragt und gekauft haben, die gegebenenfalls für die Disziplin angepasst wurden, weiterhin verwenden können und nicht jetzt in die Bredouille kommen, etwas Neues kaufen zu müssen, gegebenenfalls Probleme mit den Behörden kriegen, wenn es um die Überprüfung des fortlaufenden Bedürfnisses kommt und sie eine Waffe, die sie für eine Disziplin gekauft haben, nicht mehr einsetzen können für diese Disziplinen und vielleicht gar nicht mehr schießen können. So manchmal habe ich den Verdacht, diese Sachen sind nicht bis zu Ende gedacht. Muss man ganz ehrlich sagen. NPA, C und D ist genau dasselbe Spiel. Das heißt, ich habe hier echt ein Dilemma, wo ich sage, Disziplinen, die ich gerne schieße, die mir richtig, richtig Spaß machen, dass ich aufgrund einer solchen Spottordnungsänderung sie nicht mehr schießen werde. Und da sage ich vielen, vielen Dank in Richtung des BDMP. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Sorry. Das ist aber echt in meinen Augen mehr als stümperhaft in der Sportordnung umgesetzt worden. Zum Nachteil eurer Mitglieder. Sorry. Anders kann ich es tatsächlich nicht sagen.